Musik 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 Hey, wie schön, dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Ich bin Sarah Desai und freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, wie wir das Glück finden. Und einleiten möchte ich diese Folge gerne mit folgender Geschichte, die den Titel trägt, die Nadel. Eines Tages lief eine Gruppe junger Dorfbewohner die Straße entlang. Da trafen sie eine alte Frau, die etwas zerstreut im Straßenstaub nach etwas zu suchen schien. Einer der jungen Männer fragte sie, was ist passiert? Haben sie etwas verloren? Ich habe eine Nadel verloren, sagte die ältere Dame. Darauf begonnen die jungen Dorfbewohner mit der älteren Frau nach der Nadel zu suchen. Doch sie blieben erfolglos. Nach einiger Zeit fragten sie die Dame, hören Sie, werte Frau, die Straße ist sehr lang und eine Nadel wirklich sehr, sehr, sehr klein. Warum, sagen Sie uns nicht, wo genau Sie die Nadel haben fallen lassen, dann erhöhen sich unsere Chancen, sie auch wiederzufinden. In meinem Haus, sagte die alte Dame, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Ist das ein Scherz oder was soll das? Wenn Sie die Nadel in Ihrem Haus haben fallen lassen, warum suchen Sie denn dann hier draußen? antworteten die jungen Männer. Daraufhin entgegnete sie, weil hier draußen Sonnenlicht ist, aber in meinem Haus ist es dunkel. Und was will uns diese Geschichte sagen? Dass wir oft aus Bequemlichkeit und auch aus Gewohnheit nach Dingen im Außen suchen, also unser Glück, um es mal ganz konkret zu sagen, unser Glück im Außensuchen, in der Außenwelt, dabei können wir es tatsächlich nur an einem einzigen Ort finden. Und der ist in uns drin. Wir suchen das Glück ganz oft außerhalb von uns selbst. Aber wie sollen wir es da finden? Denn haben wir es denn im Außen verloren? Nee, wir haben unser Glück nicht im Außen verloren. Wir haben unser Glück, wenn wir es verloren haben, im Innen verloren. Und deswegen eine Einladung mit dieser Podcast-Folge hier an uns alle, weil ich schließe mich da total mit ein. Wo im Außen suchst du nach deinem Glück? Wo im Außen suchst du nach etwas, das du nur im Innen finden kannst? Viele von uns suchen zum Beispiel in Materiellem. Viele von uns suchen im Außen in Form von Anerkennung von anderen Menschen. Im Konsum. Selbst in unserem Job suchen wir im Außen. Und manchmal suchen wir sogar in anderen Menschen. Manchmal sind andere Menschen der Ort, in dem wir unser Glück suchen. Und ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass all das, was ich gerade aufgezählt habe, nicht wichtig ist und auch beiträgt zu einem erfüllten Leben. Mein Job ist mir total wichtig. Die Menschen, die ich liebe, sind mir total wichtig. Das ist etwas, was auf jeden Fall dazu beiträgt, dass mein Leben reich und voll und schön ist. Aber wenn wir unser Glück im Innen mit uns selbst nicht finden, dann ist all das im Außen nur eine leere Hülle. Dann ist all das im Außen bedeutungslos letztendlich. Denn es kann uns nicht glücklich machen. Wenn wir mit uns selbst nicht glücklich sind, kann nichts und niemand diese Leere in uns füllen. Im Gegenteil. Dann wird alles bedeutungslos. Und wir rennen von einem Ort zum nächsten und von einem Menschen zum nächsten und von einem Konsum zum nächsten in der Hoffnung, dort endlich unser Glück zu finden. Das heißt, der Ort in uns selbst, mit uns selbst glücklich zu sein, ist die Wurzel, damit wir überhaupt all das, was im Außen ist, was wir uns in unser Leben holen, überhaupt erfahren können und wertschätzen können und daraus unser Leben erblühen kann oder damit darin unser Leben erblühen kann. Die Wurzel ist aber in uns drin. Glücklich zu sein mit uns selbst. Und ich lade uns alle heute dazu ein, mal zu reflektieren, was im Außen oder wo im Außen, was ist die Straße im Freien, wo wir gerade nach unserer Nadel, nach unserem Glück suchen, aber das irgendwie der falsche Ort ist. Ja, dass wir da irgendwas versuchen zu kompensieren. Was im Außen ist gerade in deinem Leben, wenn du ganz ehrlich bist, wo du sagst, hey, da versuche ich eigentlich nur was mit zu kompensieren. Und was wir dann merken, und das ist sehr befreiend, ist, dass wir uns genau an diesen Dingen, ja, in dem Außen, mit denen wir eigentlich nur was versuchen zu kompensieren, total abarbeiten und da so viel von abhängig machen und uns aufreiben. Dabei ist das letztendlich gar nicht so wichtig. Wir reiben uns nur daran auf und suchen und suchen und suchen da, weil wir so sehr etwas in uns selbst vermissen, das Glück in uns selbst. Also wo im Außen suchst du gerade, was ist deine Straße, in der du nach dem Glück suchst, dabei, ja, kannst du es da nicht finden. Und zweite Aufgabe, was gibt es, was du tun kannst in der Auseinandersetzung mit dir selbst, um das Glück in dir selbst zu finden? Ist es vielleicht, Frieden mit einer alten Verletzung zu schließen, dir selbst zu vergeben? Ist es vielleicht Selbstfürsorge zu betreiben, ja, zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Ich verrenne mich da im Außen, aber eigentlich brauche ich gerade Ruhe und muss mir selbst guttun, statt mich im Außen zu beweisen. Ja, was brauchst du im Innen? Vielleicht brauchst du auch im Innen, dass du auf eine wertschätzende Art und Weise mit dir sprichst, dass du mal ganz genau schaust, hey, wo lehne ich eigentlich etwas an mir ab und wie mache ich das? Vielleicht beim Blick in den Spiegel, vielleicht die Art und Weise, wie du über dich selber denkst und da mal kurz die Stopptaste zu drücken und zu reflektieren, was passiert da und dass es nicht normal ist, dass du dich selbst ablehnst. Ja, wir alle tun das. Ich tue das auch, ja. Ob das jetzt beim Blick in den Spiegel ist oder ob das eine Eigenschaft von mir ist, wo ich sage, nee, das ist nicht liebenswert. Aber da mal kurz die Welt anzuhalten und zu sagen, hey, das ist nicht normal, dass ich mich hier ablehne und dann wertschätzend mit uns zu sprechen, ja, zu sagen, hey, ich bin jetzt da für dich. Also ich für mich selber, du für dich selber und ich halte mich jetzt in dem Moment, in dem ich mich ablehne, zu gucken, nee, das ist nicht normal, ich will mich nicht ablehnen, ich nehme mich jetzt an, ich rede jetzt wertschätzend mit mir, ja, ich bin jetzt da für mich und eben das nicht im Außen die ganze Zeit zu suchen, in anderen Menschen, die uns Bestätigung geben oder die uns sagen, hey, du bist schön oder du bist schlau oder du bist toll, sondern uns das selbst zu geben. Denn wir haben das so sehr verdient, verdient glücklich zu sein. Du hast es so sehr verdient, glücklich zu sein. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und ich würde mich natürlich sehr über einen Kommentar, eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao. Bis zum nächsten Mal.